Heyo Leute, Crime Max hier, was, Gravy Paulberger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir den Super Strong Simulator spielen. Also wir werden heute von einem Lauch super stark werden. Leute, ihr könnt es hier sehen, wir sind gerade noch ein richtiger Lauch, guck mal wie dünn wir hier sind. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, für mehr Roblox und werden heute super stark werden. Leute, ihr wisst es, die Leute, die mich schon länger abonniert haben, das haben wir früher immer gesagt, Leute liken für einen größeren Bizeps. Und damit wir auch heute wieder stark werden, lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hier bei dem Super Strong Simulator, wie gesagt, man startet als Lauch und kann dann irgendwie stark werden. Man muss hier immer so Sachen rüberziehen und wir sind halt gerade noch komplett am Anfang hier bei diesem kompletten Noob Level. Und deswegen können wir hier nur so Stifte hin und her ziehen. Wir machen hier mal die maximale Anzahl, also sechs Stifte können wir hin und her ziehen. Zack, die muss man immer hier rüberziehen und dann bekommt man hier diese Energie. Und mit dieser Energie kann man dann immer ins Fitnessstudio gehen und sich dann quasi ein bisschen breit pumpen, damit wir stärker werden. Leute, ich möchte das Ganze heute wieder komplett durchspielen. Hier gibt es schon wieder richtig kranke Leute bei mir hier in der Runde drin. Aber ich will heute natürlich wieder der Stärkste werden. Und ihr seht es, mit jedem Mal, wo wir trainieren, werden wir quasi ein bisschen breiter so. Und Leute, ihr wisst es, wir werden heute einfach mal wieder ein bisschen die Hacks aktivieren. Macht das nicht zu Hause nach. Ich werde hier wieder richtig viel Geld reinstecken, damit wir einfach wieder komplett der Krankeste werden. Ich werde mir jetzt hier als allererstes mal hier, dass wir quasi immer doppelt so viel bekommen, kaufen. Oh mein Gott, für 500 Robux. Ey Leute, ihr merkt, ich eskaliere hier wieder komplett. Macht das wie gesagt nicht zu Hause nach. Es lohnt sich nicht dafür, Geld auszugeben. Aber ich will natürlich hier einfach der Krasseste werden, Leute. Deswegen schaut das lieber einfach bei mir. Dann müsst ihr das nicht zu Hause nachmachen. Okay, wir haben uns jetzt hier schon ordentlich was gekauft. Alter! Der Typ ist hier, glaube ich, der Krankeste in der Runde. Guck mal, wie der schon aussieht. Oh mein Gott. Ich bin zwar jetzt noch ein Lauch, aber gleich werde ich den fertig. Leute, gleich werde ich den fertig machen. Wir machen hier weiter mit dem nächsten Level. Wir nehmen hier mal sechs von diesen Schlüsseln direkt. Und oh nein! Nein, ich bin noch zu sehr Lauch. Ey, guck mal, hier ist auch ein Lauch. Nein, wir können... Schaffe ich einen Schlüssel? Okay, einen Schlüssel schaffe ich schon. Nein, wir müssen erst noch mehr trainieren, ey. So, warte. Zack, zack, zack. Ganz schnell. Hä, hier zeigt gerade ein Pfeil hin. Ich glaube, ich kann mir hier so eine Haustiere kaufen. Oh mein Gott, Leute. Wir können uns hier so Haustiere kaufen, damit wir noch mehr kriegen. Komm, das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt hier direkt mal. Was habe ich jetzt hier? Oh, ich habe einen Hund bekommen. Einen Dog. Aber der ist nur kommen. Der ist gar nicht so krass. Wie kann ich mir denn krassere Haustiere kaufen? Equip one pet. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt hier einen Hund. Wir haben ein Haustier. Ich glaube, dadurch, dass wir ein Haustier haben, da bekommt man dann quasi noch mehr von der Energie. Und oh nein. Zwei Schlüssel sind schon richtig schwer, Leute. Ihr seht das schon. Wir laufen jetzt schon übelst langsam nur noch hier rüber. Komm, Hund. Du musst mithelfen. Okay, perfekt. Jetzt haben wir hier wieder 192 Energie. Damit gehen wir jetzt erstmal wieder ins Fitnessstudio und werden uns jetzt mal ein bisschen breit pumpen hier. So, Leute. Wir müssen das hier ändern. Wir sind zwar noch Lauch, aber wir müssen das ändern. So, ich habe jetzt hier auch was gekauft, damit er hier automatisch schneller trainiert. Zack, zack, zack. Fertig. Und ihr merkt schon, okay, die Arme werden schon ein bisschen breiter. Das wird hier schon besser. Zack, zack, zack. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier schon die volle Anzahl sechs Schlüssel ziehen können. Nein, das ist immer noch zu schwer, Mann. Was ist das? Fünf. Vier. Komm, vier schaffen wir. Vier schaffen wir mittlerweile. Ey, ey, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen unbedingt noch krasser werden. So, komm, wir machen hier nochmal vier. Zack, zack, zack. Nochmal rüber laufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Fitnessstudio. Wir müssen uns hier breiter aufpumpen. Vielleicht brauche ich auch noch mehr Tiere, damit das noch schneller geht. Wir gehen auch gleich nochmal zum Tiershop. Oh mein Gott, er hat hier einen mythischen Hai. Das bringt ja dann noch mehr. Ich brauche auch irgendwie so mythische Tiere. Wir haben hier nur so einen Dog. Dog ist irgendwie so normal. Das ist nichts Besonderes. So, komm, mach hier schneller. Mach hin, Junge. Trainier, pump. Hier, komm, Supersatz. Schnell, schnell, schnell. Die Wiederholung reinknallen. Bam, bam, bam. Oha. Schau mal, wir haben so viel Energie. Wir können so viel trainieren jetzt hier. Und das wird hier natürlich auch immer mehr. Also, es kostet immer mehr Energie, umso höher das Gewicht wird. Okay, 22 Strange. Wir sind immer noch sehr lauchhaft unterwegs. Das muss hier noch schneller gehen. Ich will noch mehr Stärke bekommen. So. Oh mein Gott, schau mal. Wir sind jetzt schon viel breiter. Wir sind gar nicht mehr... Ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ normal. Wir sind gar nicht mehr so lauchhaft unterwegs. Jetzt sollten wir auch easy sechs Schlüssel ziehen können. Ja, kein Problem, Digga. Kein Ding hier. So. Ey, Leute, ich cheat hier richtig rein. Ich kaufe mir jetzt extra nochmal für 500 Robux, dass wir quasi noch schneller trainieren. Zehnfacher Workout-Speed. Also, wir übertreiben hier komplett. Aber ich will hier einfach der Stärkste in der Lobby werden. Ihr kennt mich, Leute. Ich muss hier immer... Ich muss einfach immer übertreiben. So. Wir sehen auch hier oben rechts das Ranking. Wer ist denn heute wieder der Beste? Einer hat hier... Was? Einer hat 14.000 Strange? Wir sind gerade mal bei 26 Strange. Also, ihr merkt, es gibt hier noch einiges zu tun. Oh mein Gott. Alter, wie schnell das jetzt geht. Alter, wie schnell das jetzt hier geht. Let's go. Okay, und jetzt kaufen wir uns hier noch ein weiteres Haustier, Leute. Jetzt gehen wir hier nochmal zum Pet Shop. So, gib mir noch ein weiteres Tier hier. Komm, aber was Besonderes. Och, ey, ein Fuchs. Das auch nur kommen. Können wir hier eigentlich direkt noch ein drittes Tier kaufen? Ich kann jetzt hier noch den Fuchs quasi einpacken. Jetzt habe ich hier zwei Tiere, die mir hinterher laufen. Dadurch kriegt man natürlich auch mehr. Jetzt, zack, hier nochmal. Och, auch nur kommen. Eine Kuh. Ich habe eine Kuh bekommen. Aber egal, Leute. Jetzt haben wir quasi schon drei Tiere. Ah, nee, okay. Wir können aber immer nur zwei benutzen. Okay, aber egal. Alles gut, Leute. Alles gut. Das passt schon. Wir gehen mal hier zum nächsten Level. Jetzt kann man hier so Blätter ziehen. Okay, sechs Blätter. Okay, das ist schon ein bisschen langsamer. Ist schon ein bisschen schwer. Aber machen wir. Machen wir, Leute. Bam, bam, bam. Hier, zack, nächste. Komm, mein Fuchs und mein Hund. So, wir laufen jetzt hier nochmal durch. Und jetzt haben wir schon 2500 Energie. Wenn wir jetzt gleich ins Fitnessstudio gehen, dann gehen wir hier richtig ab. So, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt hier nochmal ein bisschen breiter pumpen. Mal gucken, wie viel Stärke wir gleich hier haben. So, ab ins Fitnessstudio hier. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, hau rein. Hau rein hier. Alles wegkloppen. Alles wegkloppen. So, sehr gut. Alter. Schau mal, wir haben jetzt hier schon richtige Muskeln bekommen. Der Off-White Pullover spannt hier schon langsam. So, und jetzt können wir hier schon ins nächste Level reingehen. Und zwar Next World. Dafür muss man hier diese Mülltonne zur Seite schieben. Okay. Okay, komm. Und beiseite. Warum kann ich... Bin ich zu schwach dafür? Ah, nee. Okay. Okay. Zack. Kurz zur Seite gezogen. Das war ja richtig leicht für uns. Gar kein Ding für den King. Hahaha. So, nächstes Level hier. Was können wir denn jetzt hier machen? Eine Toilette? Ist das hier eine Toilette, die man hier durch die Gegend ziehen kann? Okay, dann versuchen wir mal die Toilette. Wir machen erstmal eine und... Oh! Oh, nein! Wir schaffen es nicht mal, eine Toilette durch die Gegend zu ziehen. Warum sind wir so schwach, Mann? Oh, scheiße, ey, Leute. Wir sind... Wir sind richtig Anfänger noch. Wir müssen doch nochmal hier in das andere Level zurück. Ich bin zu lauchhaft für eine Toilette. Ey, Mann, Leute. Warum sind wir so lauchhaft unterwegs? Da müssen wir hier halt noch ein paar Mal die Blätter hin und her ziehen. So, komm hier rüber. Zack, 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 zack. Einmal nochmal, dann würde ich... Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier noch zweimal. Und dann sollten wir hier genug Cash Mesh haben. Oder beziehungsweise genug Energie, um uns nochmal breiter zu pumpen. So, das kann ja nicht sein, dass wir nicht mal schaffen, eine Toilette hin und her zu ziehen. Das war ja gerade... Wir haben uns ja gerade richtig blamiert da drüben. So, nochmal. Jetzt haben wir schon 5000 Energie. Und bam, 7000 Energie. Oh, hier mal... Wir brauchen auch so mythische Tiere, Mann. Zack, 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 zack. Okay, wir sind jetzt gleich bei 100. Wir sind gleich bei 100 Stärke. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, ich würde sagen... Komm, jetzt... Wir versuchen jetzt mal, eine Toilette rüberzuziehen. Das kann ja nicht sein, dass wir es nicht schaffen, eine Toilette zu ziehen. Schau mal, bei dem Bizeps, den wir haben. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, dann hier die Toilette. Wir machen jetzt auch hier... Eine Toilette! Komm! Oh, Toilette! Woo! Okay, wir haben eine Toilette gezogen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Schaffen wir sogar zwei mittlerweile schon? Oh, das wird schon ein bisschen... Ich merke, das ist hier schon ein bisschen schwerer. Aber, okay, wir schaffen... Zwei Toiletten schaffen wir auch noch. So, ich würde sagen, das machen wir dann ein paar Mal und dann können wir uns wieder breiter pumpen. Also, ihr merkt... Oh, jetzt versuche ich sogar drei. Oh Gott, drei sind schon schwierig. Drei sind schon schwierig. Ihr merkt schon, Leute, wie das hier abläuft bei diesem Super Strong Simulator. Man muss hier wirklich krass trainieren, um besser zu werden. Immer besser und besser. So, zack. Ich glaube, es macht mehr Sinn, zwei zu ziehen, weil ich dann einfach schneller bin dadurch als mit drei. So, und beiseite. Guck mal, der eine laucht, der schafft es nicht. Der eine laucht es schafft nicht. Haha. Aber wir schaffen es natürlich. Und bam! So, 6.000 Energie. Das heißt, wir sollten jetzt bestimmt auf 100 Stärke kommen, wenn ich hier ein bisschen Workout mache. Zack, 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 zack. Okay, let's go. 107 Stärke. Lol, meine Arme sind sogar schon gerissen. Seht ihr das? Schaffen wir jetzt sogar vier Toiletten? Oh! 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 Wir sind kein Lauch mehr. Boah, da hinten seht ihr schon, da kommt auch so richtig Gewichte jetzt hier langsam. Okay, okay, das ist schon mal gut. Aber ich frage mich echt, was das hier für kranke Leute sind, ne? Die sind wirklich so kranke Leute mit 15.000 Stärke und so. Holy moly. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren, sage ich euch ehrlich. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren dafür. Leute, aber wisst ihr was? Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen die Hex aktivieren. Ich kaufe mir jetzt hier einfach 50.000 Energie. Hahaha. So. Wir machen hier einfach ein bisschen Hack weg. Wieder ein bisschen hacken und zack, zack, zack. Das hauen wir jetzt nämlich alles in unsere Stärke rein. Bam, 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 bam. Ey, wir werden gleich so krank anders aussehen, ne? Ist euch das eigentlich klar, wie wir gleich aussehen werden? Und so. Oh mein Gott. Wir haben fast um 100 Stärke uns gerade geboostet. Also so ein paar Toiletten dürften jetzt hier kein Problem mehr für uns sein. So maximale Anzahl an Toiletten, sechs Toiletten pro Run. Bam. Bam. Das heißt, da kriegen wir 4000 Energie pro rüberziehen. Okay, aber ist auch schon ein bisschen, man merkt, zu sechs Toiletten, da wird der auch schon wieder ein bisschen langsamer, ne? So, was können wir denn hier machen? Ach das, ach nee, das war nur Toilettenpapier. Dann kann man hier noch einmal die ganzen Toiletten rüberziehen. Okay, schaffen wir hier schon zwei. Wir testen mal zwei. Boah, da wird's schon schwierig. Da wird's dann schon wieder aber auch schwierig hier, ne? Bam. Aber ich hab wieder Bock, ehrlich gesagt, das öfter zu spiegeln. Also, ich weiß nicht, ob wir es heute komplett in dem Video... Oh, drei ist wieder zu viel. Ich weiß nicht, ob wir es komplett in dem Video heute schaffen, wirklich der krasseste zu werden, weil hier sind wirklich Leute mit 16.000 Stärke. Aber wir können ja mehrere Teile daraus machen, Leute. So, komm. Wir können ja mehrere Teile daraus machen, dann. Bam. Dann können wir auf Dauer quasi versuchen, hier der Stärkste zu werden. So, komm. Nochmal, 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 nochmal. Und here we go, Leute. Ich werd hier nochmal die Hacks aktivieren. Ich kauf mir jetzt hier nochmal 50.000 Stärke. Ist mir egal. Ist mir egal. Was haben wir hier für Boosts? Boah, Leute, schau mal. Wir können uns hier auch für... Für 30 Minuten können wir uns hier doppelt Workout quasi kaufen. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann krieg ich ja auch immer noch zwei Stärke dazu, wenn ich jetzt gleich alles hier mache. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie das jetzt hier abgehen wird? Wisst ihr, wie das jetzt hier abgehen wird? So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt aktiv ist, aber wir fetzen da jetzt rein. Wir fetzen jetzt hier rein. Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktiv war, dieser doppelte Boost. Aber egal. Bam. Wie fett wir jetzt hier schon sind. So, wie viele Toiletten können wir ziehen? Drei Toiletten. Drei Toiletten sind kein Ding für mich. So, weiter geht's. Aber das reicht mir noch nicht, ne? Das, das... Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Wir sind schon so krass, sind mir schon so reingepayt. Und wir können gerade mal vier Toiletten durch die Regen ziehen. Überlegt euch das mal. Wie krass müssen wir denn noch werden, damit wir hier richtig was reißen können? So, hier alle mal beiseite. Beiseite, Junge. Vielleicht brauche ich noch mehr Tiere, damit das noch besser läuft. So, wir gehen jetzt hier nochmal zum Tiershop. Das kann ja wohl nicht sein hier. Wir gehen jetzt hier nochmal zum Tiershop. Ich möchte jetzt hier mal krassere Tiere haben. Oh, oh, wir haben direkt drei, drei geöffnet. Ach, aber alle nur kommen, Mann. Wollt ihr mich flexen? Ich habe gerade drei Pinguine bekommen. Alle nur kommen? So, komm, nochmal Pack Opening. Pack Opening. Ey, ey, Digga. Ich brauche ein mythisches Tier. Fast die ganze Energie dafür gerade verbraucht. Komm hier, gern doch mal was, was Vernünftiges. Wow, Senta. Der ist ankommen. Okay, nice. Nice, nice, nice. Den werden wir jetzt equippen. Wisst ihr was? Wir machen hier einmal den Senta Equip. Unequip, unequip. Wir machen hier einmal Senta und einen Polarbär. Senta und einen Polarbär haben wir jetzt hier. Jetzt müssten wir viel, viel mehr bekommen, weil die haben so quasi Multiplikator. Wenn man so krasse Tiere hat, dann bekommt man quasi mehr Energie. Oha, schau mal. Jetzt kriegen wir hier nämlich schon 10.000 durch den unherzigen Geflügel. Oder wie viel kriegen wir? Wir gucken mal, mit drei Toiletten. R2, okay. Ne, gut. So krass ist das jetzt auch nicht. So krass war das jetzt irgendwie auch nicht. Dann behalte ich meine Energie lieber, um mich krasser aufzupumpen. Also mein Ziel ist auf jeden Fall hier gleich noch mit den Handelstangen gut was zu reißen. So. Wir wollen hier gleich die Handelstangen durch die Gegend ziehen, aber aktuell schaffe ich nicht mal sechs Toiletten auf einmal. Das ist natürlich noch nicht so gut. Guck mal, schaffe ich schon sechs Toiletten? Nein, Leute. Sechs Toiletten sind zu viel. Obwohl, doch, doch. Es geht, es geht, es geht. Komm, komm. Come on, sechs Toiletten. Ja. Aber das dauert natürlich noch relativ lange, das immer zu machen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen breiter pumpen. Bam, 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 bam. So. Überleg dir das. Hier sind so heftige Leute. So, wir machen jetzt nur noch hier mit sechs Toiletten. Wir machen nicht mehr weniger. Darunter sehe ich nicht mehr ein. Okay, es geht besser. Es geht, wird schon, ihr merkt, es wird schon besser. Und da kriegen wir 5000 Energie fürs Hin und Herziehen. So, aber überlegt euch mal, wir haben ja hier schon so krass reingeboostet, wie lange das dauern würde, wenn wir hier gar nicht so reinboosten würden. Zack, 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 zack. Wir gehen uns hier gleich wieder, wir gehen gleich wieder ins Fitnessstudio. Am besten vielleicht immer so fünf Runs machen, immer fünf Runs, dann Fitnessstudio. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und letzter Run, Leute, letzter Run. Come on. Und nochmal sechs Toiletten. So, nice. Okay. Jetzt. Let's pump, Digga. Let's pump it in, man. Pump it up. Es wird natürlich jetzt auch immer, oh Gott, warum bin ich hingefallen? Geht's dir gut? So, es wird natürlich jetzt auch immer schwieriger, Leute. Also, es kostet halt immer mehr Energie, quasi einmal pumpen zu gehen. Es kostet mittlerweile irgendwie schon, einmal, äh, einmal Handtelstange kostet jetzt schon 1500 Energie. Also, es wird immer schwieriger. Schaffen wir schon eine von diesen großen Handtüllen? Ja, okay, eine schaffen wir. Eine schaffen wir. Kein Problem. Schaffen wir auch zwei. Schaffen wir auch zwei. Zwei schaffen wir auch noch. Okay. Aber es macht halt relativ wenig Sinn. Es macht, also, es bringt mehr, wenn ich jetzt sechs Toiletten durch die Gegend schiebe, als zwei von diesen großen. Leute, mir reicht's jetzt. Ich werde jetzt hier alle Robux, die ich jetzt noch habe, für Energie aufbrauchen. So, wie viel habe ich noch? Okay, ich glaube, ich kann das jetzt irgendwie hier noch dreimal oder so kaufen. Und dann werden wir jetzt noch einmal richtig breit. Wir werden jetzt hier nochmal alles verballern, was ich habe. Wie gesagt, macht das nicht zu Hause nach, Kinder. So, wie viel habe ich noch? Wie viel habe ich noch? Nochmal kaufen. Okay, einmal danach kann ich noch kaufen. Oh mein Gott, dann haben wir so viel Energie. Dann haben wir so viel Energie. Und? Bam! Wir haben über 200.000 Energie. Und das werden wir jetzt hier komplett verkloppen, Leute. So, jetzt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie wir gleich aussehen werden. Wir haben jetzt schon 392 Stärke. Alter, jetzt raus. Guck mal, der kleine Lauch hier. Du schaffst nicht mal Toiletten in und her zu schieben. Schau mal, wie groß wir jetzt einfach schon sind. Hier, der schafft auch gerade mal eine Toilettenrolle. So, jetzt zeige ich euch mal hier, wie das geht. Jetzt zeige ich euch mal hier, sechs Handeln. Bam, kein Problem für mich. Kein Problem für den Boss hier. Hä, aber warum kriegen wir, warum kriegt man hier weniger Energie als mit den Toiletten? Das verstehe ich nicht. Schau mal, wir kriegen jetzt hier, wenn wir die Handeln her schieben, gerade mal 3000. Wenn ich hier so sechs Toiletten durch die Gegend schiebe, kriegen wir mehr. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wir gucken mal in das nächste Level rein. So, hier beiseite, natürlich kein Problem für mich hier. Oh, wir schieben hier noch das Ding hinter uns her. Zack. Kein Problem für uns. So, schau mal hier, was im nächsten Level kommt. Hier kann man eine Banane, drei Bananen und einen riesigen Holzstamm hin und her schieben. Schaffen wir jetzt sogar schon eine Banane? Ja, okay, easy. Wir schaffen eine Banane. Juhu. Schaffen wir auch... Oh nein, jetzt fange ich hier schon wieder an zu trainieren. Wollte ich gar nicht. Schaffen wir auch zwei Bananas? Zwei Bananas schaffen wir auch noch. Und wie sieht's aus mit drei Bananas? Okay, oha. Ist doch voll easy hier. Sechs Bananas! Hä? Warum ist das denn hier leichter? Warum ist das denn hier leichter als bei dem anderen Level? Hier, den Stamm kann ich auch schon gefühlt zur Seite schieben, dass ich hier durchkomme. Aha. Na gut, Leute, also, äh, wir sind gar nicht mal so schlecht. Wir sind gar nicht mal so schlecht. Hier, schau mal, die Baumstämme auch sogar schon. Bam! Oh, was? Wie viel hat uns das gerade eingebracht? Vier Baumstämme. Ich glaube, das ist die Meta, Leute. Das hier die Meta, die Baumstämme. Oha, das geht ja... Ey, jetzt, das geht richtig schnell. Jetzt wollen wir hier immer 10.000 Energiefülls hin und her schieben. Das ist richtig gut, Mann. Das ist richtig gut. Jetzt gehen wir uns hier nochmal ein bisschen breit pumpen. Jetzt haben wir hier schon über 400 Stärke. Was gibt es eigentlich hier wieder für Tiere? Okay, hier gibt es so Tiger und sowas. Okay, auch cool. Ist auch cool, Leute. Komm mal, ich teste mal jetzt sechs Baumstämme. Oha, okay, das ist jetzt natürlich schon richtig schwer, hier so sechs Baumstämme durch die... Oha, da hinten ist ein ganz großer, der Dor. Wo ist der denn in dem Ranking hier? Irgendwas Dor hieß der. Der ist hier nicht mal in dem Top-Ranking drin. Wie krank sind denn die Allergrößten? Und bam! Okay, da kriegen wir für einmal hin und her ziehen... Wie viel waren das? 14.000 oder so? Ist schon ganz gut. Aber es kostet halt mittlerweile auch 2.000 Energie für ein Workout. Oh mein Gott. Und... Bäm! Wer bist du denn, Junge? Du Lauch. Du schaffst ja nicht mal... Du schaffst ja nicht mal vier Baumstämme hier. Obwohl, der ist circa auf dem gleichen Level wie ich. Der ist auch nicht so schlecht. Ist auch nicht schlecht hier. Und wieder schön aufgepumpt hier. Wir sollten jetzt mittlerweile schon eigentlich so sechs von diesen Baumstämme hier schaffen. Maximale Anzahl. Hier beiseite, Junge. Beiseite, du Lauch. Hier ist der krasseste. Kramix ist hier natürlich der krasseste, Junge. So wie sich das gehört. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch einen Durchgang. Dann punkten wir uns nochmal auf. Und dann schauen wir uns noch das nächste Level an, Leute. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze hier noch weiterspielen. Ich hätte irgendwie Bock, das Ganze hier noch krasser zu werden. Also ein paar zwei zu machen. Weil es gibt hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Level. Das sieht man, sage ich mal, schon mal. Wir können hier schon mal rüber gehen. Wir müssen schon mal die anderen Levels angucken. So, was gibt es hier denn zum Beispiel? Hier kann man dann so einen Tisch ziehen. Einen Kaktus und einen Reifen. Schaffen wir den Reifen schon? Boah, selbst ein Reifen ist schon richtig schwer hier. Okay, das ist zu schwer für mich. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.